noch die möglichkeit der lasche hier vorne im motor bitte schont eure dichtflächen so gut es nur geht und geht nur in die dafür vorgesehenen aussparungen hinein um euren motor wirklich so gut es geht zu schonen jetzt lege ich mir immer so ein bisschen küchenpapier darunter damit ich mir also wirklich nicht die ganze werkbank ein sauer beziehungsweise ja die ganze hebebühne einlaut und dann geht es auch schon runter mit dem deckel und ihr seht jetzt schon hier das innenleben des deckels und auch das innenleben des frisch regenerierten und jetzt 315 kilometer gelaufenen motors so nun kann eigentlich auch schon fast alles wieder weg als nächstes nehmen wir die dichtung ab dichtung ist also auch etwas was jetzt natürlich nicht wiederverwendet wird sondern das kommt ebenfalls in den mülleimer in den dicht in den neuen setzen beziehungsweise in dem wechsel set der firma ost oase ist alles drin was er braucht um euren motor super zu erneuern hier kann man jetzt also deutlich sehen das schwarze sind keine verbrennungsrückstände sondern das schwarze sind tatsächlicherweise rückstände von metall metallrückstände vom einlaufen wie die lager sich setzen hier kann man also das wirklich sehen das ist aber ein sehr schöner motor das heißt das ist nicht zu viel ich werde gleich mit euch noch mal die 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 schraube entfernen hier seht ihr also das ist absolut im rahmen es muss also auch ein gewisser abrieb im motor vorhanden sein wenn keiner vorhanden wäre dann würdet ihr zu 100 prozent perfekt gearbeitet haben so das soll es auch schon gewesen sein viel mehr passiert jetzt hier auf dieser seite nicht ich werde euch jetzt mitnehmen wird das aber am schnelldurchlauf laufen lassen falls ich weiß wie es geht wie es ist ja ich bin ja ich nehme euch also jetzt mit auf die reise wir werden jetzt bremsenreiniger nehmen den motor einmal spülen diese seite und können dann die den rückbau also den einbau praktisch in umgekehrter reihenfolge wieder durchführen hier sieht man also auch schmutz anhaftung ja auch die nämlich gleich ab überall da wo sich der schmutz ansammelt das nehmen wir gleich runter auch die dichtfläche befreien war von dem anhaftenden öl wird also auch einmal ausgewischt alles wenn jetzt keine großen rückstände dreck rückstände oder schmutz rückstände zu sehen sind dann braucht dieser deckel auch nicht ausgewaschen werden sondern bleibt einfach so der ölfilm bleibt dran völlig ohne probleme können wir damit also dann arbeiten gut das dazu wir können gleich noch mal kontrollieren sitzt der wellen dichtringen jawohl sitzt alles wunderbar wir kontrollieren natürlich auch andere einrichtungen des motors jetzt das war eine nagelneue eine nagelneue kickstarter welle gucken wir einfach mal wie sieht die aus hat die jahr ist natürlich schmutzig vom kickstarter ihr seht also hier ganz ganz deutlich zu erkennen wir haben also neue sicherungsbleche hier ist die mutter von der ich vorher ist ein bisschen groß der schraubendreher hier hier ist also die neue mutter und auch der die stiftschraube zum kupplung einstellen habt ihr hier die ganz neuen überall neue sicherungsbleche ihr habt das sicherlich oder ihr werdet das verfolgen an dem video m531 reihe ist ja im endeffekt der gleiche motor bloß mit drei gängen der hat hier der hat jetzt 4 m541 und den machen wir natürlich im laufe des kanals oder im kanal leben auf jeden fall auch noch gemeinsam schaltung stimmt alles hervorragend da brauchen wir uns nicht um kümmern das passt so jetzt können wir mal gucken wie es von innen lehnen ich nehme euch einfach mal mit ihr seht also jetzt hier ganz klar hier sind die neuen reibe belege der kupplung dazwischen sitzen die stahlscheiben ihr seht also nagelneue kupplungskorb und auch das primärritzel ist ganz neu hier ist natürlich jetzt schmutzig mit annehmen wo ich mir also eine auffangwanne zu hilfe und natürlich auch wieder ein bisschen küchen putztuch küchenrolle und werde jetzt anfangen so gut es geht mit dem bremsenreiniger den motor einmal zu spülen das tut dem motor überhaupt nicht zudem nicht weh ja ihr seht also hier kommt nicht mehr allzu viel dreck mit raus wir haben also den motor schon gut gereinigt ich putze den immer noch ganz gerne so ein bisschen mit aus was also auch wirklich die letzten reste von eventuellen anhaftungen hier mit rauskommen ihr seht also ist schon viel bremsenreiniger dabei aber man kann auch ganz deutlich sehen der motor ist von innen jetzt schon picobello sauber wir haben also die möglichkeit gehabt und auch genutzt hier jetzt die letzten schmutzpartikel mit rauszunehmen auch noch einmal über die dichtflächen drüber putzen so dass es also hier auch nicht zu problemen problemen in den nächsten 2000 1000 2000 km kommt ganz sauber hier bitte kann ich euch auch nur darum bitten hier wirklich ganz picobello arbeiten es geht darum dass euer motor auch in der zukunft und in der nächsten zeit also wirklich absolut gut läuft keine späne hat kein spanabrieb hat irgendwo hat er sicherlich noch aber den großteil und der spanabrieb haben wir jetzt rausgeholt so dann wird natürlich auch dieser alte kupferdichtring hier entfernt der wird natürlich nicht wieder verbaut der kommt auch in den schrott oder den müll und jetzt gucken wir uns einfach noch mal das wichtigste an nämlich ganz klar den abrieb an der öl ablass schraube hier gehen wir also noch mal mit dem tuch rum ich hoffe ihr könnt das sehen und dann gucken wir uns einfach noch mal ganz klar den abrieb an wie viel abrieb ist hier wirklich ja es hängen späne dran sieht man also von der montage her sind also spanabrieb ist also da kann man sich also hier auch noch mal angucken späne sind da nicht übermäßig viele späne das heißt also ist das alles im rahmen wunderbar ein bisschen sparen muss sein wie gesagt man kann das nicht zu hunderttausend prozent korrekt zusammensetzen so wie es vorher war das ist überhaupt nicht möglich jetzt versuchen wir einfach vom magneten so viele späne wie möglich abzumachen so dass wir also die schraube so gut es geht von dem schmutz befreien und ohne spananhaftung dann wieder zurückgeben können in ihre eigentliche position ihr seht also auch bei meinem finger hier diese leicht gräuliche gräuliches öl ist also wirklich mit alu material drin abgelassen worden das ist also ganz normal dass hier also spanabrieb vorhanden das ist ja ganz logisch denkt man daran die lager werden teilweise eingeschlagen eingesetzt hier überall die zahnflanken arbeiten sich überall ab überall die neuen metallteile arbeiten natürlich gegeneinander am anfang gegeneinander und später dann natürlich auch zusammen im zuge der regenerierung beziehungsweise natürlich des service des regenerierten motors wollen wir uns natürlich jetzt auch noch um den linken seitendeckel kümmern was wir da zu machen haben ist ja eigentlich ganz klar wir müssen also die dichtung ersetzen ich habe sie hier schon hingelegt also kupferdichtung einmal die für die ölkontrollschraube einmal für die ölablast schraube und wir schrauben gleich die beiden neuen plastik käppchen ein für einmal ein einfüllöffnung und einmal die getriebeeinstellung bzw kupplungseinstellung ich habe immer so ein komplettes set dort also hier mit allen möglichen dichtungen so das ist also auch das service für sämtliche modelle auch für mz da kein problem geben soll im zuge seiner bestellung kann man sich immer mal so eine dichtung mit bestellen das schadet nicht und wenn man sie da hat muss man ist man nicht gezwungen irgendwie loszulaufen und sich irgendwo eine zu besorgen so dann ist ganz klar werden wir also als erstes diesen wellendicht ring heraushebeln hier haben wir also ein braunen mit doppelte den ersetzen wir durch den im set enthaltenen blauen mit doppelte was aber überhaupt kein problem so weit sind wir also fertig tatsächlich wir nehmen uns ein bisschen bremsenreiniger zur hand oder zu hilfe natürlich auch ein bisschen küchenpapier und werden jetzt erst mal diese bohrung hier reinigen ich mache das immer so aus küchenpapier ein bisschen in die bohrung rein so dass wir hier also hier den schmutz auch rausholen können der sich jetzt dort gesammelt hat ihr seht also das öl welches dort natürlich auch lang spritzt hat sich dort gesammelt ich bereite diese deckel dann immer vor ihr seht also hier hinten auch die dichtfläche aber die machen wir gleich noch mal sauber bevor wir den motor dann wirklich den deckel wieder schließen so dann kommt der neue wellendicht ring auf diese seite 22 wenn ich mich nicht irre dass das 35 für das ist was heißt wenn ich mich irre es ist 22 35 mal 7 oder 35 mal 22 mal sieben aufpassen dass er schön bündig sitzt dass er also bündig drin sitzt so wie jetzt hier wunderbar da sitzt also bündig drin haben wir also alles richtig gemacht dann gebe ich schon dieses käppchen wieder zurück weil ich dieses käppchen definitiv nicht ausbauen werde denkt dran also ich persönlich mag das nicht wenn das in irgendeiner form vergriesgenaddet ist ich bin da immer besonders vorsichtig dass es nicht passiert dann natürlich ganz klar ganz wichtig den kleinen kupferring wieder auf die auf diesen bolzen auf diesen kleinen bolzen in einem sechs bolzen als über kontrollschraube wieder drauf geben und das ganze kann dann auch schon festgezogen werden so immer daran denken alu spritzguss fest ja aber nach ganz fest kommt ganz lose und das wollen wir natürlich nicht haben so immer wieder bei diesen kappen gerade darauf achten dass diese gummiringe dabei sind dass ihr also nie in die bedurde kommt dass das öl dort raus kleckert auch bei diesen hier immer darauf achten dass die nullringe drauf sind und dann geht es im endeffekt mit dem so vorbereiteten deckel schon wieder zurück ans moped und wir können uns jetzt der reinigung dass der getriebeseite noch einmal widmen und dann ist es auch schon soweit dann wird wieder zusammengebaut und wir können auch das öl schon wieder auflassen so um diesen deckel dann final wieder zu montieren tatsächlich haben wir also die möglichkeit jetzt wieder die öl ablass schraube zu montieren ich mache das immer ganz gerne schon im vorfeld wie gesagt neue dichtung neuer kupferdichtring das ist also muss bei diesen geschichten ich kann euch das wirklich nur empfehlen auch bei jedem bei jedem ölwechsel den ihr macht bitte nehmt einen neuen kupferdichtring wenn mal kein neuer kupferdichtring zur hand ist tut es auch der alte kupferdichtring dann bitte den alten kupferdichtring aber umdrehen und nach dem umdrehen bitte heiß machen ausglühen bis rot glühend und in öl abschrecken dann wird dieser kupferdichtring besonders weich und schmiegt sich nochmal nochmal dem block beziehungsweise seinem sitz wir wollen also nichts trocken montieren wir können also ein kleines bisschen von dem alten öl nehmen und werden jetzt hier den wellendichtring von innen ein kleines bisschen ölen währenddessen der motormontage nehme ich immer fett dazu jetzt hier in dem fall reicht einfach ein bisschen öl es geht bloß darum dass der wellendichtring hier sauber überrutscht ohne dass wir ihn dort beschädigen also die dichtklippe da irgendwie beschädigen wollen wir ihn also sauber überrutschen lassen jetzt legen wir uns das ganze schon parat dann kommt natürlich unsere neue dichtung im spiel hier achtet bitte darauf dass ihr also wirklich immer nur erste qualität kauft wirklich kein kein nichts anderes irgendwie in irgendeiner form sondern wirklich da nicht sparen nochmal gucken ist alles fest ist alles richtig montiert sitzen die federn sitzt die kupplung sind die sicherungsbleche alle da wo sie hingehören auch hier ist soweit alles fest dann können wir also montieren und dazu geben wir den deckel einfach mit ein bisschen schwung hier wieder rüber zack rutscht da auch schon über die schaltwalze jetzt ist die dichtung auszurichten an der klein an diesem kleinen zylinderstift vorne und hinten hinten war es jetzt ein bisschen komplizierter zack mit einem schlag sitzt also der deckel in seiner position drauf ohne wenn und aber können wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen nach wischen ohne probleme so dass wir also auch die öl an haftung jetzt abnehmen können schwuppdiwupp hier auch noch mal vorne weg wischen so dass also der schalthebel nachher auch vernünftig montiert werden kann und dann sind wir damit schon so gut wie fertig dann habe ich ja vorhin gezeigt dass ich mir meine schrauben in eine bestimmte art und weise hinlegen ich habe es euch gezeigt das sind die beiden oberen 1 2 3 4 untere schraube genauso wie ich sie jetzt hier habe benötigt also wie sie mir jetzt hingelegt habe bau ich sie jetzt auch wieder ein praktisch umgedrehte reihenfolge wenn man es so will brauchen wir wieder den innen sechs kann schlüssel und dann bauen wir die ganze sache hier und heute für den abend ja es ist schon abend es wird langsam dunkel draußen heute bei mir bauen wir die sache also wieder ein beiden oberen bolzen es ist unsinn hier aus diesem set die neuen schrauben zu verwenden die schrauben sind nicht kaputt nicht defekt ihr könnt in die köpfe gucken wenn also ein schraubenkopf defekt ist dann kann man den natürlich ersetzen aber in den meisten fällen haben diese schrauben köpfe ja gar kein gar nichts ja aushalten müssen jetzt wie die guten motoren bauer oder sag ich mal wie man das vielleicht macht wenn man eine dichtfläche verschraubt ziehe ich über kreuz an gehe also jetzt hier nach hinten ziehe ich die schrauben über kreuz an erstmal alle nur handfest so und dann hier vorne ebenfalls müssen wir natürlich die hier unten nicht vergessen ziehen wir also die hier vorne handfest nach dann gehe ich immer zu dieser hier oben bis gehäuse auf liegt handfest das gleiche und natürlich das gleiche jetzt auch bei der letzten schraube die wir haben immer schauen drehen sich die gewinde leicht rein haben wir ein problem wenn es probleme gibt nie mit gewalt wenn dann alle fest gezogen sind oder angezogen sind handfest gehe ich nochmal durch wenn wir die schrauben beziehungsweise die bolzen also handfest vorgefügt haben und auch schön über kreuz angezogen stellen wir uns den drehmomentschlüssel auf 7 newtonmeter ein für für gehäuseschrauben also wir haben hier 7 newtonmeter für die gehäuseschrauben ich ziehe ihn fest gucke jawohl und dann geht es wieder mit dem drehmoment navara ja also das ist nicht besonders fest ich bitte euch da auch den gewinde zuliebe oder den gewinden im motorblock zuliebe auch den drehmomentschlüssel zu verwenden es ist einfach eine form der professionalität wenn man dort die korrekten drehmomente anwendet immer aufpassen langsam ins drehmoment laufen lassen sonst überdreht ihr die schrauben ich meine die schrauben die verzeihen auch mehr drehmoment aber es muss einfach nicht sein dass zu viel auf die schrauben gegeben wird zack und haben wir als letzte glaube ich die hier unten und dann gehen wir noch einmal im kreis rom fest und hier als letzte jawohl und als allerletzte vorletzte und jetzt kommt die allerletzte und können wir gerne auch noch mal hier diese schraube überprüfen wunderbar alle mit dem richtigen korrekten drehmoment vorgefügt das heißt also jetzt neue dichtung verbaut neue öl ablass dichtung verbaut was bleibt jetzt also eigentlich noch übrig wir haben jetzt nicht mehr allzu viel zu tun bleibt nur noch 400 milliliter getriebe öl aufzufüllen dieses 400 milliliter getriebe öl habe ich mir schon vorher abgemessen in diese wunderbare flasche ich mag die sehr sehr gerne hier ist kein kastrol öl drin sondern adenol ich verwende ausschließlich adenol öl für die getriebe öl zum mischen sprich also für das benzin gemisch verwende ich persönlich ausschließlich stielöl ich werde noch mal in einem gesonderten video darüber sprechen wieso ich der meinung bin stielöl verwenden zu müssen ich sage immer so wer mal sich so die prinzip und die funktionsweise von der kettensäge anguckt eine kettensäge die macht ihr an und dann läuft diese kettensäge sofort auf volllast das heißt also sowie der schock reingedrückt werden kann bei der kettensäge wird eine kettensäge ausschließlich auf volllastbetrieb also vollgas benutzt und da bin ich ganz klar der meinung also wenn man eine kettensäge so den motor von der kettensäge so misshandeln kann dann wird das auch mit einem simson motor gut klappen und dahergehend bilde ich mir persönlich ein dass dieses öl dafür konzipiert ist dass ihr also im kalten zustand schon dem motor sofort die volle last ab verlangen könnt und da bin ich eben ganz klar der meinung ich fahre stielöl ich fahre seit jahren stielöl kettensägenöl in meinen fahrzeugen auch im trabant fahre ich kettensägenöl und das auch wirklich schon seit jahren und wahnsinnig erfolgreich und ohne probleme damit zu haben so diese motoren kriegen also 400 milliliter öl ihr könnt natürlich auch anhand der ölkontrollschraube überprüfen ob der ölstand stimmt ich habe das schon oder ich sage mal so ich mache das ich mache das so oft auch mit dem service hier das ist so am anfang der saison so 40 50 mal dass die leute ihre moppets bringen und sagen ja bitte einmal für die saison fit machen ölwechsel dann mache ich die die ölwechsel und da kann ich euch sagen wenn ihr ordentlich die 400 milliliter getriebeöl hier abmess ich bin mit der flasche hier wunderbar zufrieden ich habe die auch schon ein paar jahre da war mal das öl tatsächlich drin welches hier drauf steht dieses castrol öl das habe ich auch verwendet habe da keinen vorteil für mich daraus gesehen bis auf die flasche natürlich und fülle jetzt immer aus liter flaschen adenol öl hier in diese castrol flaschen ein und bin damit echt super 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 zufrieden adenol ist also schon zu ddr zeiten wie hat man immer gesagt der pirol von minol der fährt doch adenol ja also minol war die tankstelle früher zu ddr zeiten und der pirol war also so ein vogel der als maskottchen für diese tankstelle da stand ja und adenol war eben das öl zweitaktöl getriebeöl für die deutsche demokratische republik was folgt jetzt hier noch bei diesem service für dieses moped die hülse vom schock habe ich bereits abgedreht die fußrasten gummies habe ich hier im zuge dieser dieser ja diesem service vom motor auch gewechselt auf wunsch jetzt kommt noch der einbau einer größeren hauptdüse in den vergaser dann kommen noch ein paar einstellungen hier oben möchte ich ganz gerne dieses stückchen gruseliges band noch gegen eine vernünftige gummikappe ersetzen da ich die feder sowieso eng umhängen muss im vergaser bietet sich das also an dass ich dieses gruselige stück klebeband hier entfernen kann und das auch vernünftig meinem kunden dann zurück übergeben kann so das ist es gewesen jetzt sind also die 400 milliliter ohne probleme eingelaufen und dann sind wir mit diesem ölwechsel mit dem service an diesem fahrzeug so gut wie fast fertig jetzt wische ich unten immer alles noch mal penibel ab da das fahrzeug auf jeden fall bis morgen hier bei mir in der garage und auch auf der hebebühne stehen bleibt warum wische ich das penibel ab na ganz klar ich kann dann also morgen diverse öl lecks erkennen wo könnte also öl austreten ich erinnere immer wieder in den videos daran wer also mit bremsenreiniger arbeit oder mit anderen chemischen substanzen sollte sie auf seine hände und auf den auf den haut schutz mit seinen händen achten ich mache das so wie ich das möchte ich sage es bloß an dass ihr eben darauf achtet auf euren haut schutz so jetzt haben wir natürlich die gummi schon ersetzt jetzt nehmen wir also auch den den gummi hier auch tatsächlich noch runter und werden da also auch einen neuen gummi spendieren so dass also auch hier der schalthebel gummi ein neuer wird beziehungsweise ein neuer ist jetzt und damit ist der service fast abgeschlossen das ist natürlich klar hier sieht man also auch schon wie aufgerissen der an der seite ist erledigt jetzt kommt als letztes tatsächlich noch die nagelneue ohne macken im schlitz vorhandene kappe wieder drauf und diese wird dann leicht angezogen hier muss man das wirklich nicht übertreiben der nullring dichtet ja von sich aus ab und dann haben wir auch die linke motoren hälfte damit fertig gebaut und können sagen wunderbar ölwechsel durchgeführt sauber sauber gemacht drinnen alles wir haben also uns das öl angeguckt immer wieder auch mal am öl riechen riecht das öl streng nach irgendwas ihr seht also das öl hat also ablagerungen mitgenommen was auch sehr gut ist es ist metall abrieb im öl vorhanden aber es ist kein großer metall abrieb auf dem fußboden zu erkennen also von dieser schachtel zu erkennen das heißt wunderbar wir haben auch keine großen stücke im motorraum gefunden so dass man sagen kann irgendwo ist vielleicht ein zahnrad oder irgendwas defekt sondern das ist alles hält sich alles wunderbar an grenzen leichter abrieb im bereich alu spritzguss leser in was sich so mit diesem grauen schleier zeigt das ist also wirklich wunder wunderbar wir können also gucken ob wir alles richtig montiert haben ja also geht natürlich jetzt super schwer ist die kerze drin ich nehme mal die kerze raus und prüfen mal der gang haben war und dann können wir mal durchtreten wunderbar lässt sich also ganz prima durchtreten jetzt haben wir einmal das öl hier drin schon in schwung gebracht und dann können wir die kerze dann auch wieder reinsetzen hier werde ich noch ein paar mal raus machen da ich wie gesagt die zündung noch einstellen werde hier und auch noch die hauptdüse im vergaser wechseln aber auch dazu gibt es noch mal ein separates video wie ich euch zeige wie ich mit ganz einfachen mittels und vergaser ultraschall reinige ja dann soll es das also tatsächlich für so ein kurzes service video an einem frisch regenerierten motor sein wer also von mir einen motor regeneriert bekommt den bitte ich darum nach 250 kilometer gut jetzt hier in dem fall 315 kilometer genau diese prozedur durchzuführen jetzt nicht natürlich nicht mit den fußrasten aber ruhig gebt diese 16 euro aus um bei ost oase die mittel die also die dichtung zu bestellen die öl ablass schraube ist dabei die schrauben sind alle dabei hier habt ihr diese beiden kappen sind dabei der wellen dichtring ist dabei so dass ihr also nur eure sachen abbauen müsst könnt euren motor wirklich wunderbar sauber machen auch reinigen von innen sparen abgibt alles raus frisches öl rein der mutter wird es euch danken die kugel lager werden es euch danken denn die werden natürlich jetzt auch wieder frei gespült vom eventuellen abrieb und mit frischem öl versorgt und so hält dieser motor einfach noch viele viele tausend kilometer in dem zustand in dem setup wie er jetzt ist und macht natürlich jede menge freude beim fahren das steht mal ohne frage fest gut sollte euch das video gefallen haben würde ich mich natürlich über einen daumen hoch sehr sehr freuen wenn ihr kritik habt ich bin also kritikfähiger mensch solange es natürlich in angemessenen bahnen ist es gibt immer jemanden so leitspruch es gibt immer jemand der hat mehr auf tasche als man selber das respektiere ich auch wenn das jemand besser kann als ich dann ist das für mich auch absolut in ordnung ich sage bloß so mache ich es seit circa 20 jahren bei mittlerweile weit über 700 motoren die ich also so regeneriert habe oder früher getunt jetzt nicht mehr oder nur noch sehr selten kann ich also sagen das hat so weil bei fast 20 jahren und weit über 700 motoren immer hervorragend so geklappt jetzt wie würde ich weiter verfahren wie würde ich weiterempfehlen jetzt ist also die kilometer begrenzung relativ uninteressant für mich sage ich mal denn ich mache den ölwechsel den nächsten ölwechsel bei dem modell weiß ich es nicht ob der kunde das wünscht den nächsten ölwechsel welcher dann ohne wellen dicht ring ohne die beiden kappen ist sondern nur mit einem neuen dicht ring an der öl ablass schraube wird das öl also abgelassen und neues öl eingefüllt mache ich grundsätzlich bei meinen fahrzeugen immer vor dem winter das heißt also die die saison über sind die motoren gelaufen ich war auch noch relativ lange in der saison also sage ich mal so september oktober je nachdem wann es dann wirklich kalt wird und durch die temperaturen die der motor hat und wenn er dann abkühlt bildet sich also auch im inneren des metallkörpers kondenswasser das kondenswasser bindet sich natürlich im öl ihr habt so eine weiße milch schaumige substanz dann in dem motor die möchte ich gerne vor dem winter immer raus haben so dass also auch das wasser den lagern nichts anhaben kann oder allen stahlteilen da drin nichts anhaben kann lasse ich das vor dem winter grundsätzlich ab und fülle mit neuen öl auf dass den motor dann hier in der werkstatt noch einmal kurz laufen und dann kann das fahrzeug eingemottet werden so leute das war der service an dem moped von dem besitzer hier und hier habt ihr also mal gesehen wie man bei einem frisch regenerierten motor an service macht auf alle dinge haben wir geachtet die war dabei wichtig waren wenn euch das video gefallen hat dann würde ich mich natürlich über einen daumen hoch freuen auch abonnieren ist bei youtube völlig kostenlos auch da könnt ihr gerne mitmachen um so vielleicht so ein bisschen den kanal zu unterstützen wie gesagt denkt immer dran ich bin also am anfang des ganzen und würde mich natürlich über euren support freuen unten in der video beschreibung findet ihr also auch die werkzeuge die ich verwende ein teil davon zumindest manche sind ja original die der ware die kann ich natürlich nicht verlinken aber in der video beschreibung da wird da solltet ihr fragen haben zum service an euren mopeds könnt ihr natürlich auch gerne unten in die kommentare schreiben ich versuche so bald wie möglich auch bei 40 stunden arbeitswoche zu antworten und dann sehen wir uns beim nächsten projekt ich genieße jetzt das schöne wetter und werde einfach mal eine runde drehen bis dahin